Hallo Freunde! Wo sonst, wenn nicht im Ring, kann ein Mann seine Rage und Stärke ausdrücken und vor allen anderen gewinnen. Um das zu tun gibt es das Boxen, wo die Kämpfer oft die Kontrolle über sich selbst verlieren und Dinge tun, die selbst Menschen mit Nerven aus Stahl schockieren. Und oft passiert das sogar bereits vor dem Kampf. Heute zeigen wir euch auf dem YouFact-Kanal solche wilden Raufereien beim Boxen, die euch bestimmt gefallen werden. Es ist sehr, sehr spannend, wir schauen uns hier an. All right, das ist es, das ist es, das ist es. Ho, ho, ho! Es ist ein Counterpunch, das ist es. Oh, und da ist ein Logo. Und Richard Steedow ist vollstabend, zu der Hoffnung. what kind des heeft? Und Mayweather ist verletzend, zu der Fall ist mit dem Logo. Und jetzt Radzei Mayweather will come aufger als Aff, und jetzt Lennone Beleicht, und Leicht nimmt den Ring aus. Und David Reit nimmt den Ring und die Rauf ist dran, Man macht es, wir sind mit Orte zu fangen. Sie sehen uns die Hotheads in uns. Komm! 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 Komm, komm, komm! Komm! Komm, komm! 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 Man kommt bei den Wernern in ihrer kleinen Fallen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020